Musik Hallo liebe Leute da draußen, hier ist der Nico und wie in meinem Sonic Colors Video angesprochen So, zeige ich euch jetzt heute mal, was ich so in den letzten Wochen bei mir angesammelt hat an Spielen, haben wir hier schön übereinandergereiht und ich fange einfach mal von oben bis unten an, ich hoffe die Zeit reicht Achja, der DM-Warrior, da war ein bisschen beeindruckt, dass ich vielleicht einen 42 Zoller habe Ich zeige euch mal kurz den Fernseher So, so sieht der aus Hey, hier ist die Lugia-Figur Ja, habe ich jetzt auch mein PC angeschlossen, dass ich da schön Minecraft zocken kann Und sowas, ja Gut, also wie gesagt, fange ich mal im ersten Spiel an Das habe ich mir hier geholt, Street Fighter 4 Wollte ich mir eigentlich mal holen Ich bin eigentlich kein großer Street Fighter Fan und meine Katze ist da Aber ich bin eigentlich nicht so begeistert von dem Spiel Also, was auch nicht, wieso ich mir so oft geholt habe Ich wollte einfach mal ein Kampfspiel haben, aber da denke ich ruhig mal lieber Tekken Weil Tekken hat mir immer schon besser gefallen Street Fighter nicht schlecht Aber, naja, ich mag sie nicht so toll Meine Katze ist mich jetzt hier am stören Egal, so Gut, dann das nächste Spiel, was sehr sehr geil ist Habe ich mir auch sehr günstig geholt Borderlands Das ist zwar die Classics-Version, aber das ist mir jetzt wurscht Ist so ein Shooter-RPG Also, ja, wie es hier schön RPS Role-Playing-Shooter ausgedrückt wird Ist ein sehr geiler Ist ein sehr geiler Ego-Shooter Halt mit Rollenspielelementen Also man kann seinen Charakter aufleveln Es gibt vier verschiedene Halt so ein Sniper-Typi Einen, der halt nur rumprügelt So eine Tussi, die halt heilige Kräfte hat Und, ja Meine Katze nervt mich jetzt hier Das ist nicht so cool Geh weg Geh weg Dann hol ich den Hund rein Naja Ja, und ja, man muss halt verschiedene Quests lösen Und, ja, damit kann man seinen Seinen Charakter aufleveln Und es gibt unzählige Waffen in dem Spiel Also, boah Ich bin jetzt auf Level 6 und hab jetzt schon Ja, 20 Waffen oder so Gesammelt Das ist schon viel eigentlich Und es sollen noch mehr drin sein Online Weiß ich, hab ich noch nicht gespielt Hab aber vor, heute Abend Äh, noch ein bisschen zu zocken Online Und ich denke, das wird ziemlich abgehen Weil, so allein Man kann's auch lokal zu zweit spielen Ja, sehr cooles Spiel So, dann hab ich mir Äh, geholt Assassin's Creed 1 Wollte mal mit Assassin's Creed anfangen Hab schon so viel davon gehört Soll ja so gut sein und alles Außer natürlich der erste Teil Der soll ja nicht so toll sein Aber, naja Ich wollte mir halt selber Mein Bild davon machen Wie es dies so spielt Und alles Und von Assassin's Creed 1 Bin ich eigentlich bis jetzt schon Ja, sehr erfreut Kann man sagen Ich find's cool gemacht Die Umgebung ist sehr schick Spielt ja halt in Jerusalem so rum Manchmal ist Ist das so Naja Manchmal so ein bisschen blöd mit der Steuer Wenn man dann da rumrennt Auf den Dächern und so alles Aber, mich hat das Spiel total Wirklich total an Saboteur erinnert 1 zu 1 fast Also, außer die Umgebung Das ist eigentlich der Unterschied Es ist wirklich Saboteur Also, beziehungsweise Saboteur ist genau wie das da Also, ich weiß nicht, was zuerst da war Saboteur oder das hier Ich glaub, das da war zuvor Saboteur hier Äh, rausgekommen Also, das hab ich so viel wiedererkannt Das mit dem Verstecken Vor den Wachen Äh, halt auch, dass man halt so Attentate ausführen muss Und, ja Erinnert mich Vollends an Saboteur Mehr kann ich dazu nicht sagen Dann hab ich mir natürlich auch noch Assassin's Creed 2 geholt Das hab ich aber noch nicht gespielt Weil ich erst den ersten Teil durchspielen wollte Und, ja Da muss ich halt auch noch gucken Das soll besser sein als der erste Teil Bin ich sehr gespannt Was ich sehr cool finde Ist, dass man hier Dass der Leonardo da Vinci Persönlich eine Waffe entwickelt Und man die dann benutzen kann Das find ich sehr cool Weil die Leonardo da Vinci war ein super toller Äh, Erfinder ETC Find ich voll klasse Ja, aber wie das Spiel ist Weiß ich noch nicht Hab's noch nicht gespielt Aber das mach ich wirklich erst Wenn ich den ersten durch hab Dann Auch ein Spiel Das ich unbedingt noch haben wollte Hab ich mir jetzt günstig Hab ich mir auch günstig für 21 Euro gekauft Red Dead Redemption Sehr, sehr geile Spiel Ich hab's auch schon viel gezockt Macht einen Höllenspaß Halt, man mag wirklich, dass da Rockstar das gemacht hat Halt GTA im Western Kann ich eigentlich auch nur empfehlen Für Leute, die auf Western Also für Leute, die Western-Fans sind Das ist ein Pflichtkauf Weil Auch die Umgebung ist wunderschön gestaltet Äh Ja Gameplay ist wunderbar Ich kann mich noch nicht beschweren Es gab manchmal ein paar Unfälle mit dem Pferd Da hat das Pferd auf einmal auf dem Dach gestanden Meine Katze lässt mich hier nicht Oh Geh weg Mensch So Ja, sehr cooles Spiel Bin sehr begeistert Das kann ich dazu nicht sagen Dann hab ich mal noch ein Spiel Das ich mir auch noch unbedingt holen wollte Das ist Naruto Shippuden Ninja Storm 2 Ultimate Ninja Storm Was Das ist ein sehr, sehr geiles Spiel Also das Spiel direkt am Anfang von Naruto Shippuden Und soll, glaube ich, bis Zu dem Zeitpunkt, wo man gegen Pain kämpft Ist sehr geil gemacht Also die Kämpfe sind brutal geil Ähm Ich hab gesagt, du sollst weggehen Ab Meine Güte Und Ja Es gibt viel, sehr viele Charaktere Also über 40 Stück soll es ja geben Naja Ich hab noch nicht viel gespielt Aber ich bin auf jeden Fall mal gebegeistert Also es hat meine Erwartungen übertroffen Ich bin Sau Ich bin Naruto Fan Schon seit der ersten Stunde Also Na gut, nicht seit der ersten Stunde Aber ich bin schon sehr lange Naruto Fan Also Für Naruto Fans eigentlich ein Pflichtkauf Kann man ehrlich sagen, ja Dann Hab ich ja auch vor ein paar Tagen angefangen mit Faible 2 Also das hab ich mir zuerst gekauft Und war von dem Spiel sauber begeistert gewesen Hab ich mir auch vorgenommen, den dritten Teil zu kommen, wenn er rauskommt Und das hab ich dann auch getan Hab mir hier Faible 3 geholt Äh, wenn ich mich nicht wundert, dass das Cover vielleicht so aussieht Dass man hier kein USK-Logo und sowas sieht Liegt daran, dass es ein Wendekover hat Das find ich ja sehr, sehr gut Dann Äh, weil Ist alles sehr schön gemacht Die Bilder hier Wie man sieht Also das Spiel ist auch sehr gut gemacht Macht einiges besser als der Vorgänger Ja Ist ein bisschen anders da aufgebaut Man muss jetzt halt eine Revolution anführen Anstatt halt Sich nur zu entscheiden, ob man gut und böse sein will Eck Jo Ein sehr guter Spieler für Rollenspielfans Kann man nicht, kann man das auch empfehlen Auf jeden Fall Dann hab ich mir nochmal ein Spiel geholt Das ich, äh, schon einmal hatte Das war Bayonetta Das hab ich schon mal gehabt Ähm, dann hab ich's durchgezockt Und hab seitdem nicht mehr angerührt Und hab ich's verkauft Jetzt hab ich aber nochmal so viel Bock da drauf gehabt Auf Bayonetta Weil Bayonetta ist halt einfach Bayonetta Und es macht einen Haufen Fun Geht voll ab Äh, und ja, das hab ich mir wieder geholt Und bin's jetzt auch schon gut am Zocken Das Spiel ist einfach nur geil Die Darstellung Bayonetta an sich Einfach nur genial geil Also Ja Sehr cool Geiles Spiel Ja So, das war's dann jetzt halt mit den Xbox 360 Spielen Hab ich mir am meisten gekauft in letzter Zeit Dann kommen wir mal zu den V-Titeln Hab ich mal wie gesagt, äh, hier Sonic Colors geholt Das ist, glaub ich, die niederländische Version Erstmal hier in diesem orangenen Streifen zu erkennen Und auch hier in einer Sprache Das ist einmal hier, glaub ich, Luxemburg Das ist, äh, ja, das ist niederländisch Und das andere ist französisch Ja, aber ich kann's halt in Deutsch spielen Das ist ja normal halt bei Paar-Spielen Finde, was ich auch gut finde, weil, naja Welkommen in Dr. Eggmans fantastische Brettpark In der Fruimte Outdeck verborgen, pardon Verstandet, jawohl Ja, sehr cooles Spiel Hab ich ja ein Video drum gemacht Hab ich ja schon meine Meinung rausgelassen Brauch ich eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen Dann hab ich mir, ähm Rockband 3 geholt Da ich ja den zweiten Teil nicht mehr habe Und laut dieser Beschreibung Man ja seine runtergeladenen Titel auch hier abspielen kann Hab ich mal gleich das Upgrade geholt Und es funktioniert wirklich toll Hab's mir allerdings nicht mit dem Keyboard geholt Sondern nur, halt das Spiel an sich Keyboard brauche ich ja nicht wirklich Vielleicht hol ich's mal irgendwann mal Aber, naja, mal sehen Songs an sich sind sehr coole drauf Hab ich schon gesehen Äh, ja Eigentlich cool Rockband ist immer am besten Rockband war schon immer besser wie Guitar Hero Also, sehr geil Ähm Dann hab ich mir natürlich auch schon Wie in meinem Geburtstagsvideo gesagt Hab ich mir hier, äh Auch die 25 Jahre Adversary Super Mario All Stars Edition geholt Fange ich dann auch mal kurz aus Was hier so drin ist Ja, das ist eigentlich Nur die Super Mario All Stars Rom auf einer Disc Wie die meisten wahrscheinlich schon rausgestellt haben Aber es hat auch so eine Art kleinen Sammlerwert Beziehungsweise Nostalgie Wert Weil wenn man sich hier auch die Hier die Beschreibung ansieht Alles alte Artworks Die auch in den, äh, Booklets von Den, äh Alten Spielen dargestellt sind Und hier zum Beispiel Werden noch hier die ganzen Charaktere gezeigt Hier Ludwig von Cooper Hehehe Roy Cooper Morten Cooper Junior Lemmy Cooper Iggy Cooper Wendio Cooper Haben alle eigenen Namen Und was ich am allercoolsten finde Ist es hier die Hier hat auch diese beigelegte Disc mit Soundtracks Und dann hier auf dieser goldenen CD Und halt dieses Artware Also dieses Begleitheft Booklets Wie man auch Immer sagen will Ist sehr schick Sieht man hier Konzeptzeichnungen Hier Miyamoto und Entwickler Geben noch Einige Worte Zu den Spielen Ab von Mario Sind halt hier die ganzen Soundtracks Dieser Spiele Mitgelistet Und dieses Bild da vorne Finde ich einfach nur awesome Ein super alter Fernseher Mit NES Und Super Mario Brothers War doch cool Sehr nostalgisch Finde ich sehr schick Äh Soviel haben wir noch Äh Für 0 und 7 Hab ich jetzt aufgenommen Da muss ich jetzt mal da rein So Äh Ich hab noch ein Spiel geholt Das hab ich jetzt aber nicht grad liegen Moment Moment So Gut Was alles schon vorbereitet hat Nicht Und zwar hab ich mir Ähm Ähm Guitar Hero Warriors of Rock geholt Weil ich gehört habe Das soll wieder die alten Dinge von Guitar Hero 3 haben Und Guitar Hero 3 war das beste Guitar Hero 3, der sich mal gespielt haben Aber ich wurde restlos enttäuscht von dem Spiel hier Ich lass mir hier mit dieser Gitarre geholt Für die Wii halt Ähm aber ich wurde sehr enttäuscht von diesem Guitar Hero Also Erstmal Was an Songs runterzuladen ist Das ist ein Witz Nur 318 Songs Also ich meine Rock Band 3 Da kann man 1300 Songs runterladen Und hier nur lausige 318 Oder wie es wie viel es war Und ich war in jedem Fall nicht viel Und das nur von Bansy Wo ich Also wo ich jetzt persönlich gar nicht wirklich kenne Finde ich sehr sehr schlecht Also das finde ich nicht so toll Das einzige Gute an dem Spiel ist Dass hier wieder ein Dragon Force Lied dabei ist Das ist halt Fury of the Storm Aber das ist halt noch nicht freigespielt Und da muss man halt den Story Modus durchspielen Und sich durch diese ganzen lahmen Songs durchrocken In Anführungszeichen rocken Ähm Ja Hab mich eigentlich sehr enttäuscht Also ich will das jetzt hier nur das Spiel verkaufen Die Gitarre finde ich sehr gut Die Gitarre Ist nochmal top gemacht Gegen die Gitarre habe ich nichts auszusetzen Nur gegen das Spiel an sich Weil da sind so schlechte Lieder dabei Also sehr schlechte Lieder Also Lieder Keine Ahnung Auf jeden Fall Dass man Online nicht genug Lieder runterladen kann Finde ich schon eine Frechheit Denn das sowas auf den Markt zu bringen Mit so wenig Liedern Schon schade Schon auch schlecht Ja Ich warte auch nur noch Dass es bei Rock Band endlich mal Dragon Force Lieder runterzuladen gibt Aber darauf kann ich glaube ich wohl lange warten Weil Bis Activision Ist das Activision? Naja IA IA Ist das ja Bis IA die Rechte von Von den Dragon Force Liedern hier Kriegt Wer weiß wie lange das dauert So Ja Das war es dann so weit von mir Jetzt am Wochenende Habe ich vor Halt meinen Oder jetzt jedenfalls die nächsten Tage Noch meinen Weihnachtsspecial aufzunehmen Also meine Kauftipps Für Meine Kauftipps für euch Was man denn kaufen kann Für sein Weihnachtsgeld Egal was für Spiele Also ich zeige da Wirklich Titel die man haben sollte Und die man sich auch bei Amazon Oder so kaufen kann Ähm Ja Das war es dann so weit von mir Ich bin der Nego Ich schlag mich aus Und wünsche euch noch Ein schönes Wochenende Bis dann Ciao Ciao